leguan am stiel immer wieder lecker ja wie gesagt holen wir uns dann nachher einen anderen also einen anderen begleiter ich sollte aus der nähe von den autos weg wir wissen ja dass das unglück bringt wenn man der nähe von autos steht und auch ein druck kochtopf da suche ich die ganze zeit nach druck kochtöpfen und finde sie nicht und jetzt hier auf einmal zwei stück hintereinander um mal die stelle eine bruderschaft hat ein klo in ordnung gelassen obwohl es ein freier wildbahn steht das ist erstaunlich noch ein buch es erinnert mich daran dass ich lesen muss aber nikola tesla und sie das sind energiewaffen ja sehe ich das richtig wir gucken es einfach energiewaffen und zwar erhöht populismus aktuell und lügen wie im kongress gucken wir noch mal auf die statistiken und auf die fertigkeiten wir sind da die energiewaffen bestimmt guck mal da kommen wir auch bald an waffenlos 26 und sprache wir sind bald voll ausgemacht mit allem ob wir das noch schaffen vor level 30 level 30 weiß ich nicht habe ich euch wahrscheinlich schon erzählt ist ja das level cap in der game of the year edition also in dem erweiterten fallout 3 hoffe dass diesmal schon schaffen glaube ich nicht dafür ist zu viel zu tun an ist der ten penny tower weit entfernt herr jerry ich glaube wir haben unseren begleiter verloren da kommt er angepickelt dann wie den finde ich einfach zu unfreundlich mit seinen also mit seinen ganzen aussagen und ich hätte gerne einen freundlicheren begleiter ich glaube mal der begleiter den ich mir als nächstes ausgeguckt habe das zum beispiel mag ich gar nicht ich höre mich zwar manchmal ähnlich an aber wie sieht eigentlich unser wir sind betrüger böse betrüger sind ein böser betrüger ja wundert mich jetzt gar nicht ich betrüge doch niemanden ich mache alle ganz ehrlich kalt so dass wir unten sieht nach einem radar außenposten aus weiß nicht warum ich das so denke da ist unser ten penny tower und da gehen wir heute hin und machen da ein paar sachen in die rocco fabrik müssten wir eigentlich auch noch warum eigentlich nicht auch ein jahr schon sehr beschädigt sollte ich vielleicht doch eine andere waffe nehmen ich glaube es jetzt nicht dass ich in die nähe eines jahr wo ich mich begebe dreistarliges laser gewehr und speichern ja der war schon verletzt der ja ja und er hat irgendwem auf wen auf kicker vielleicht uns zwei das fach muss man erst mal den einen nehmen der schon ein wenig angeschlagen ist den hätten wir ja der hat mich schon erwischt jerry schießt auch mit einer laserwache so hoch die sind zu hässlich die fliegt das kopf hier zwei jahre ist einfach mal ebenso ja wir müssen aufpassen der eine hatte schon was abgekriegt das wird mit sicherheit nicht einfach mal so passiert sein sondern was war da drin irgendwas kaputtes entdeckung kraftwerken wappel 84 wappel finde ich gut ich wappel auch gerne ganz viel eine motorrad handbremse ist ja was wir können wieder ein rösti bauen geil gleis nägel es ist ja hier die mother load in ihrer nirgendwo kohler flasche und nirgendwo kohler so dann gucken wir mal hier munitions kiste die daten haben wir auch noch nicht okay schloss und leicht sagt er und es bestätigt sich so noch eine munitions energiezellen geil so wenn man es auch jerry auch doch nicht so was ich erschrecke mich doch wir gehen mal in das rappel rein und gucken mal vielleicht ist da ja auch irgendwas nettes was ist das doch das ist der kopf vom jao bei den wir gerade erschossen hatten wie kommt der nachher unten wahrscheinlich gerollt rollköpfchen rollköpfchen weißröckchen wie kommst du schon da hin so ja dann wollen wir sehen wie weit wir heute mit meinen plänen und den nicht geplanten dingen kommen ich sollte aus der nähe von autos weg weil er weiß bescheid ja hier gibt es ja auch noch ein begleiter den kriegen aber bloß wenn da neutral sind nämlich der ruby da könnten wir einen wie heißt er noch mal mister gatz sie genau diese militärroboter so ein könnten wir kriegen als begleiter das wäre mit sicherheit auch lustig aber den kriegen wir nur wenn war neutrales kammer haben also wenn wir wieder böse noch gut sind also müssten wir jetzt ein paar gute taten vollbringen und sobald wir neutral sind hierher kommen dann können wir diesen mister gatz sie kriegen aber ich glaube der kostet auch deswegen egal was wir machen wir werden für unsere begleiter bezahlen müssen jetzt gehen wir erstmal zum legendären tempel die tauschen wie beschissen ja alles ist ach alter ich könnte glatt vergessen wie beschissen du bist und ja das könnte ich niemals vergessen 26 minuten aufgenommen erst meine güte ja wir schauen mal das ist der tenpenny tower wir gehen einmal rund um und an das tor und da müsste dann eine kleine sequenz irgendwie sich abspielen und da werden wir auch gleich uns für eine seite entscheiden ihr könnt euch schon ungefähr vorstellen für welche wenn ihr das spiel kennt könnt und mich kennt könnt ihr euch in wohl vorstellen tenpenny tower entdeckt so da ist jemand nicht mal am arsch lecken wir haben jede menge kronkorgen ich will rein verdammt noch mal wie oft sollen wir das denn noch durchkauen so was lassen wir hier nicht rein basta ich kann hier gerne den ganzen tag lang stehen und durch diese verdammte sprecher anlage brüllen ich habe doch schon gesagt dass tenpenny hier keine zombies wohnen lässt wer zum teufel ist hier bitte ein zombie als ein mensch sind sie nicht so viel steht verdammt noch mal fest zum letzten mal zombies verboten sie können zwischen mir und einem wilden also nicht unterscheiden ja gut dann werde ich ihnen den verdammten unterschied mal zeigen warten sie nur hallo hallo was geht was machen sie denn so im metro tun ich war da noch gar nicht rausgefunden wie fühlt man sich so als cool sie sollten sich ihre nächsten worte sehr gut überlegen denn langsam bin ich echt angepisst alle sind heute so freundlich du frisst die hirne richtig wie ist denn so als zombie ich wollte sie nicht beleidigen ich habe keine vorteile ist klar wie auch immer sie überheblicher heuchlerischer armleuchter sag mal bist du mit einem herrn crowley in underworld verwandt oder was ist mit ihr los oder hat man die einfach nur in dein dämliches gehirn geschissen nein das war mein voller ernst ist mir egal ob du ein ghoul bist oder nicht du bist hier der intolerante arsch nicht ich also du bist also hässlich na und ich nehme das oberste gut wie dem auch sei ein ghoul zu sein ist auch nicht schlimmer als alle anderen dinge mit denen man fertig werden muss wie beispielsweise ihre blödheit dafür können sie einfach nichts sie wurden blöd geboren oder sind als kind auf den kopf gefallen wie dem auch sei ändern können sie daran nicht und so tun sie ihr bestes damit fertig zu werden alter was machen sie denn so im metrotunnel zeit tot schlagen pläne schmieden und uns vorbereiten denn penny und sein pack von möchte ganz können uns nicht für immer aus dem turm heraushalten wir haben rechte und wir setzen sie durch wo sie uns verweigert werden vielleicht kann ich dich da reinbringen ist es ten pennys turm er kann tun und lassen was er will ihr seid doch sicher ihr seid doch sicher in diesen tunnels wieso wollt ihr in ten penny wohnen also in dem ten penny drin das geht mich eigentlich nichts an entschuldigung für die frage ich nehme mal das einfach nur so aus spaß meinen sie damit google brauchen keine luxus und komfort meinen sie google sollten in dunklen feuchten höhlen unter dem ödlandhausen sie haben vielleicht nerven vielleicht kann ich dich da rein bringen ich habe schon einen plan sie glauben ich bin ein monster ich werde ihnen die echten monster zeigen wir lassen unsere wilden brüder auf sie los diese cool hassenden mister werden in stöcke gerissen das problem ist nur dieser verdammte u-bahntür die sache ist die es gibt eine art fluchttür von ten pennys keller in die u-bahntunnel es muss einen weg geben die zu öffnen lass mich mal mit ten penny reden vielleicht lässt er euch ja hier leben in ordnung töte die elite ich kann dir eventuell mit diesem notausgang helfen was auch immer du bist auch nicht besser als ten penny glück ich bin hier raus das nicht mal mit ten penny reden diese hochnäsigen flachköpfe können wahrscheinlich nicht mal miteinander leben geschweige denn mit uns aber bitte sprechen sie meinetwegen mit ten penny wird nicht funktionieren und dann machen wir es auf meine art sie öffnen die notausgangstür im ten penny keller und ich lasse die wilden los reden wir über ten penny was gibt es da zu reden ich glaube ich kann sie davon überzeugen euch hier leben zu lassen ich öffne diese tür dann können die horden hereinkommen reden ach ich werde es mal versuchen auf die nette art und weise weil ich will ja wieder ein guter werden sie sind wirklich davon überzeugt oder versuchen können sie es ja ich gebe ihnen eine chance aber danach machen wir es auf meine art bruder muss los heilung sei nicht so unfreundlich so jetzt haben wir uns mal mit den jungs da drin unterhalten jerry bin ich hab ihn doch schon gesagt sie sollen abhauen ten penny braucht ihre verfluchten kronkorb nicht und ich will verdammt noch mal kein stress zum letzten mal entferne seinen verwesen denn hässlichen verdammten gulasch von mr ten pennes privatgelände werden hier alle gäste so behandelt nehmen sie dieses maul auch um ihre mutter zu küssen ich glaube nicht dass sie mit der person sprechen mit der sie zu sprechen glauben sie nehmen das hier tut mir leid ich dachte sie wären einer dieser verdammten guhle auf der suche nach almosen sie betreten gerade wieder rechtlich alistair ten pennies privatgelände haben sie einen grund sich hier aufzuhalten ich bin hier um mit henry zu sprechen ich kann ihnen helfen dieses kleine gul problem zu bewältigen ich möchte mich nur etwas umsehen ich werde schon niemand mit was tun ich will mit mr ten penny sprechen sprache 100 ich habe ein lukratives angebot für ten penny lassen sie mich rein sonst jetzt hören sie mir mal gut zu ich schmeiße hier den laden nicht viel jetzt haben sie verdammt noch mal ab ten penny erwartet mich ich bin ein neuer mieter mit der versuch ich kenne alle die hier leben auch die neuen das ist mein job und ich nehme meinen job sehr ernst ich kümmere mich außerdem um jeden den ich als bedrohung für mr ten penny oder sein besitzt betrachtet stehen sie da ruhig weiter rum mir egal das heißt ja wir müssen reden also echt dieses voice acting wo dann sich immer die stimme verändert das ist mir auch schon bei morrowind und bei skyrim und weiter aufgefallen ist echt schlimm ach kommen sie lassen sie mich rein wenn ich ganz zucker süß bitte sage dass mich rein horn ochse ja ich versuche es mal mit der netten tue es sei denn sie wollen hier mit einer spende von sagen wir mal 100 kronen von mir gibt es kein schmiergeld dann kommen sie auch nicht an diesem tor vorbei hoch sind schon wieder ich dachte ich bin bereits gesagt sie sollen abhauen hier 100 kronkorb als zeichen meines guten will ich lassen sie besser hierher als ich glaubt okay ich nehme das geld an aber treiben sie es nicht so weit ich werde sie im auge behalten belästigen sie ten penny und die anderen bewohner nicht wenn sie auch nur in die falsche richtung niesen drehe ich ihnen den hals um muss ich eine maske tragen okay lass uns mal schauen ich weiß und im ten penny tun sie nichts unüberlegtes okay pass mal auf die haben hier 12 3 weiß nicht mehr wie viele wie viele wächter hier waren aber es ist auf jeden fall eine gewisse anzahl ist auch einer das ist das da metro zugang generator ich gehe mal rein und schau mal so jerry kuraucht auch dann verzeigen oder was aktivieren die cta notzugangsterminal verschlossen leicht da kommt wir speichern mal wenn er sagt verschlossen leicht dann muss das nichts heißen okay ich weiß auch ob ich heute nicht gut genug counter wie cover zauber und weise chamber wie cover ups we recovered the password äh i suppose der neue erweiterte spionage akt 50 usc 31 und 32 untersagt jede benutzung durch unbefugte eine zuwiderhandlung wird mit einem bußgeld in höhe von 500 us dollar und eventuell einer haftstrafe geahndet in notfällen aktivieren sie die sicherheitstüren und sich zugang zum tunnelsystem zu verschaffen bleiben sie den gleisen fern und genießen sie den schönen tag notruf an die cta verbindungsaufnahme zu dcta sicherheit fehlgeschlagen sicherheitstür öffnen sicherheitstür schließen ja ich glaube ich habe gerade wieder was falsches ich habe da was das die wilden davon abhält ihnen am arsch rum zu knabbern gut gemacht wir treffen uns vor ich glaube ich habe gerade was falsches getan kann ich das noch mal neu laden hier vielleicht facecam steht vor der tür metro zugang und generator weißt du ja wir haben jetzt nämlich beinahe die wilden google da reingelassen und da habe ich keinen bock drauf die würden hier nämlich wirklich eine massaker anrichten ja das mögen die verdient haben hier die ten pennys aber wenn ihr einer massenmord begeht dann bin ich das und nicht irgendwelche gute wir versuchen dass man auf die nette art und weise wir gehen da jetzt rein das war hier ablegen die knarre hier hinten sitzen leute ich werde schon lange weg wenn es mr tenpenny und seinen turm nicht gebe ich wäre schon lange weg wenn es mr tenpenny und seinen turm nicht gäbe also ich glaube ich wäre hier auch schon lange weg wenn es mr tenpenny und seinen turm nicht gebe so 37 minuten aufgenommen man das kommt mir schon vor als wenn wir eine stunde dabei werden freunde facecam läuft spiel sound läuft der jericho moin chief gustavo moins was können sie mir über den keller des tenpenny tor erzählen sie meinen den generatorenraum warum zur hölle wollen sie denn darüber was wissen dieser bereich ist für sie tabu reine neugierde gibt einen noteingang in die tunnels wissen sie noch aus der zeit der bomben für unsere generatoren zapfen wir das stromnetz der metro an und stehlt den ghoulen ihren strom was wenn ich verspreche nichts anzufassen darf ich dann rein ich habe den einzigen schlüssel und den gebe ich nicht her habe ich schon einmal verloren und musste ihn nachmachen tenpenny brachte mich fast um wie würden sie es finden ein paar google als nachbarn zu haben nein verdammt noch mal tenpenny lässt das niemals zu und ich erhalte meine befehle waren diese komischen plastikhaare jucken voll im gesicht was ist wenn tenpenny hier gute wohnen lässt ja wohl gehören nicht hierher ich würde ihn für völlig verrückt halten aber ich arbeite für ihn und was er entscheidet gilt auch für mich glücklich wäre ich darüber aber nicht wie sieht es an der ghoul front aus dieser verdammte roll phillips ist einfach nicht abzuwimmeln kommt immer wieder und bettelt um almosen wir wollen solche wie ihn hier nicht basta wenn ich im wettgeschäft wäre würde ich einen haufen kronkorken draufsetzen dass er bald gewalttätig wird natürlich das würde tenpenny nervös machen ich mag es nicht wenn tenpenny nervös wird ich habe einfach nicht genug leute roll phillips und seinesgleichen zur strecke zu bringen sonst würde ich diese misere ein für alle mal beenden was zum teufel ist ein google überhaupt eine art kranker mensch meinen sie das ernst sie ist nicht was ein cool ist google sind eine verdammte katastrophe die jederzeit über uns hereinbrechen könnte und es auch irgendwann tun wird irgendwann ist das vielleicht kann man darüber hinweg sehen dass ihr gesicht wie geraspelt aussieht aber es gibt auch andere dinge die uns probleme bereiten die strahlung zerstört langsam ihr gehirn woraufhin sie sich in zombies verwandeln es ist daher besser für alle sie zu töten bevor es soweit ist es heißt gehören ich werde eine gewaltlose lösung für das cool problem finden mit roi phillips lässt sich nicht reden glauben sie mir aber versuchen sie ruhig hin zur vernunft zu bringen es wird hier untergang sein sie haben sich mit einem haufen wilder ghoul in den nahegelegenen metro tunneln verkrochen der haupteingang ist zu gehen sie über den güterbahnhof viel glück sie werden es brauchen ja vor allem wir auf dem güterbahnhof wahrscheinlich dieser dieser monster ghoul also dieser dieser ganz heftige respawn ist ich glaube ich kann ihnen bei ihrem problem helfen wo verstecken sie wirklich sie können was tun sie können es gerne probieren aber heulen sie sich nicht bei mir aus wenn sie sich dabei verletzen sie haben sich mit einem haufen wilder ghoul in den nahegelegenen metro tunneln verkrochen vorsicht war ist auch kurz davor zum zombie zu werden schätze sie machen das nicht aus einer herzensgüte habe ich recht wie wäre es mit 500 kotkorten zahlbar nach erfolg der beseitigung dieses verdammten ghouls roi phillips und seiner gefährten sprach 66 wollen sie eine problemlösung oder nicht wenn ihr wenn dann muss da mehr drin sein ich habe hier das sagen nicht sie jetzt gehen aus den augen das nehme ich und jede weitere hilfe die ich kriegen kann hier nehmen sie dieses gewehrs ab munition aber schießen sie nicht nur auf schatten roy phillips und die gang sind in den metro tunnels von warrington sie haben den haupteingang verbarrikadiert versuchen sie es über den güterbahnhof chinesische sturmgewehr ha ha geil kriege ich noch ein gewehr weil phillips und seine anhänger töten aha 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 ich versuche immer noch neue phillips und seine gute oder wie ich auch meine männern immer sage ne rückmeldung wird erst gemacht wenn der job erledigt ist klar man du bist ja ganz vater wie ist so das leben im tenpenny zahlt immer pünktlich auch haben wir recht komfortable wohnungen mit zusätzlichen vergünstigungen ich kenne sie roll phillips und die anderen gute sind gar nicht so übel mir egal was sie denken sie kommen hier nicht rein punkt aus dem penny ist anderer meinung und jetzt hauen sie gefälligst ab mache ich nicht so übelo